Ich bin nicht Jarlene. Ich bin kein Vogel. Ich hab bloß einen. Quick. Mhm, witzig. Ich glaub so würde man die Seiten... Oh Gott. Oh hi Bro. Wenn das Vieh bei dir kommt, kommt bei mir einfach nur Black Screen und ich hör es bei dir schreien, was so laut ist es. Das ist, weil ich im Reaktionsmäßig direkt rausklicke. Bei mir von Skyrim auch angewohnt. Blocken! Aber dann geht das Licht aus. Ah ja, in Skyrim schreien dann nehmen dich die Gegner also auch immer an, hm? Wenn ich irgendwas erschreckt rücke, einfach direkt nicht mehr als das. Und ich versuche ihm auszuweichen. Du hast extra... Da ist die Seite. Ich kann es sehen. Ja, ich auch. Das hätten würde man eindeutig besser sehen, wenn das Licht aus wäre. Wir sehen, was drauf steht, bevor ich sterbe. Alter, warum gehst du die ganze Zeit so hin und her? Das Gefühl, das hilft. Fist. Smile. Das ist der Smile. Smile, siehst du? Smile. Bei mir sind da einfach nur Hände. Nein, da mittendrin steht Smile. Siehst du? Mittendrin schwarz in der Hand. Ja, ich sehe nur die Finger, wenn du so presst davor stehst. Wenn man ein bisschen zurück... Ah ja, okay. Sei Bruce vorsichtig. Oh, what the fuck? Ah, okay. Ja, ja, ja. So was braucht man noch einfach... Halt's Maul! So was braucht man noch einfach mal random im Wald auf. Das ist schon okay so. So ne Zecke, komm her. Weeh, sieh, sieh! Schnauchyy! Lobe, lobe! What? Maus, 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 Maus Go, go, go! Fuck me! Fuck me! Fuck me! Oh, das ist ein Headstuffel zu furzen! Was? Oh man, das ist schon wieder sicher. Ja, das ist halt. Ich schreie es immer nur an, also bei mir hat es keine Kaffee gesucht. Laut! Okay, das ist gut. Kannst du dann auf der Aufnahme, kannst du gleich mal hören, wie das klingt. Das dachte ich mir auch gerade. Ah, da ist es wieder. Ja, das ist zu sehen. So zwei wunderschöne gute Arme. Funky, funky! Aber meine sind wieder nicht mehr denn! Mh. Oh, gut. Laden die neu? Nein. Oh, schönes Gras. Ja, wieder diese blöden... Mountains, Berge. Hoffentlich sterbe ich gleich bald mal. Ich frag mich, wo da bitte elf Seiten versteckt sein sollen. Ich mein, wenn da überall immer nur die gleichen Sachen sind. Aber auch so völlig random so ein... ...so ein Dings... ...im Wald ist ja auch voll normal. Die stehen dann an den Bäumen auf der anderen Seite. Ah. Jeweils, die man nicht sieht. Ja, das wäre scheiße. Das wäre diese, diese komische Wand. Ja, wo man durchgehen kann. Oder auch nicht. Kann ich keine Haken mehr schlagen. Nun bin ich nämlich. Ah, das ist gut. Ich laufe mal einfach im Landenplan. Ja. Ja. Oh, ich konnte gerade unter die Erde sehen. Cool. Ich sehe rotes Leuchten. Jetzt nicht mehr. Fixed it. Die Texturen für den Zaun wären auch ganz cool. Vielleicht noch... Vielleicht soll es einfach die Nacht darstellen, damit man nicht sieht, dass da was ist. Ja. Geschickt. Eine Seite. Run, Forest! Roar. Roar. Was zum Teufel? Donobob. Was ist das? Was heißt das? It's hunting. Oh, da hinten. Hallo. Hallo. Dun, 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 dun. Jetzt ist er hinter dir. Oder auch nicht. Blau. Oh, das ist neben mir. Ich glaube, die Anke sind. Hehehehe. 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 Vielleicht wollte er einfach mal winken. Ja. Oh, hi. Ich habe seine Hand gewinnen. Ich will nicht, dass ich nach links gehe. Aber das ist mir jetzt aufgefallen. Ich bin ihm immer ausgewichen und deshalb bin ich ihm im Kreis gelaufen. Also versuche ich jetzt dahin zu gehen, wo er ist. Aber ohne ihn reinzulassen. Oh, goddammit. Hehehehe. Wie das ist daran Ding, was er mich hört. Hehehehe. Nein, ich meine... Er hat bestimmt gehört, was du gesagt hast. Von wegen... Ja, er will bestimmt nicht, dass ich da und dahin gehe. Also gehe ich erst recht dahin. Ich sehe was. Nein, doch nicht. Oh, man. Oh, Augen. Hey. Du wirst gar nicht schreien, das ist unfair. Ich stehe die ganze Zeit... Hehehehe. 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 Ich will die Seiten sehen. Ich denke, wenn ich das Zeug ausmache, sehe ich die Seiten besser. Er ist gar nicht mehr hier. Die Augen sind... Ich habe mich gerade... Ah, da ist er. Hinter dem Baum. Unauffällig. Du siehst mich nicht! Er ist gegen den Baum gelaufen gerade. Hehehehe. Er hat sich an den Baum gebohrt. Das geht jetzt bestimmt noch eine halbe Stunde so. Alter... Die Bäume sehen aus, als ob sie von ekligen Vögeln angekackt wurden. Das Licht... Oh man! Ich hörte gerade das Licht ausmachen in 360. Wenn ich die sehen kann, wegen wo eine Seite leuchtet. Na gut, solange ich den bleibe, sollte er ja nichts machen. Also... Doch. Bei mir hat er sich ja auch zu mir geportet. Bei mir hat er sich ja zu mir geportet, als er irgendwie knuddeln wollte oder was auch immer das war. Ah, wieder die Wand. Hallo Wand. Hallo! Hallo... Du rüber de rüber de rüber... Mm... Huuuuh... Huum... 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 Er ist bestimmt von Gotham, wo es nie Tag wird. Was ist es? Da, der Wald. Er ist bestimmt in der Nähe von Gotham. Da, wo es nie Tag wird. Gotham Wald. Mit... Ruhin. Gotham Forest. Gott im Wald. Gott im Wald. Ja. Da wird bestimmt irgendwo Clayface. Aber immer im blöden roten Rauch sehe ich nichts mehr. Oh, hi. Gott, das ist so saulaut. Und du hörst gar nichts. Ja, aber ich höre das bei dir. Ja, das denke ich mir sogar. Ich fühle mich, dass so saulaut ist. Wieso kann er mich nicht einfach erwischen? Ich glaube, der trollt dich. 360 for the... Oh, goddamn. Hallo, Baum. Tadalalalalala. Ich renne jetzt einfach die ganze Zeit. Fuck it. Obwohl ich nicht mehr rennen kann und dann... Oh, ich sehe was. Oh, man. Da bin sogar ich erschrocken. Wo ist es jetzt hin? Ja, nicht du. Ich meine das Ding. Aber wie ist es jetzt hin? Hört man das schreien. Ja, nicht du. Wenn er jetzt nicht mehr kommt, dann ist er beleidig. Da ist es. Ah, ja, ich weiß es. Oh, what the fuck. Alter du! Ich habe vorhin gar nichts gefunden. Aber du hast... Du sprich Englisch. Jetzt direkt dahinter. Jetzt nicht mehr. We can't sleep. You are a cunt. We can't sleep. Oh, die armen Leute können nicht schlafen. Oh, toll. Jetzt kommt ein neuer Sound dazu, wenn ich das nicht gehört habe. Ein neuer was? Ein neuer Sound. Ich habe eben irgendwie so ein dumpfes... Gehört. Und jetzt ist die Derivant. Oh, goddammit. Bin ich vorhin wirklich so sehr im Kreisgehirn? Ich habe das gerne. Entscheint. Na gut, ich mache es ja auch die ganze Zeit. Ich gebe mir nur... Irgendwie... ...mehr Mühe. Ich muss auch vorhin mit dem Abend auszuweichen. Ich erkenne ihn dauernd. Dann bleibe ich aus. Dann kriegt der Mini. Ich wollte, dass er mich umbringt. Aber er wollte mich nicht umbringen. Ja, bleibt doch einfach mal stecken. Das ist schon okay so. Ich glaube, dass es sich beleidig ist. Die ist gern. Ja gut, das ist ja noch in der Beta. Ja. Aber wieso Handwerker? Ich kapier's nicht. Zwei Handwerker im Wald. Wait, what? Ich könnte ja später noch ihre Dinger schießen. So, und kann man ihn umbringen und ausweiten und... ...die Wolfsmaske tragen und selber Leute erschrecken. Ja, so... ...so Zweierteams. Don't give a fuck, hello. Ich laufe jetzt, ich kreise hinein. Du ne ne ne, ich habe ihn rechts vom mir gesehen. Bum 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 bum. Haben wir ihn! Hach, ha ha. Ey, er hat geklappt. Na, da wollte ich trotzdem nicht killen. Ich höre, da will ich dich nicht killen. Ich glaube, da will dich einfach nur trollen. Dich will er trollen, mich will er knuddeln. Der Wolf hat auch Bedürfnisse. Ach, Gott, ist das Leid! Bis du fertig bist, darf ich... Ich sehe noch nicht mal das Flut. Also, ich sehe noch nicht mal diesen roten Nebel bei dir. Eine Sekunde Zeit an, oh. Der Herr hat sie eben hingelegt. Von mir hat er sich kurz auf die Fresse gelegt. Das sieht geil aus.